Das ist halt abverkauft. Ja, das ist eben. Hier in die Jürgen war ich damals. Ich glaube, es war ein Zeichen. Mit einer Wachstum. Wollt man das schon lassen? Ja, nicht ganz so schnell. Man tut nicht mehr so schnell. Nicht ganz so schnell. Aber ich sehe hier immer auf die Linkse. Kannst du da auch werfen? Das ist aber auch nicht schlimm. Mit dem Ton auch. Ja. Ja. Schön. Dann geht es da drum. Das ist hier. Ja, hier. Link. Genau. Das war jetzt mit uns. Ich habe jetzt gesagt. Ach, danke. Ich habe jetzt schon mal ein Schwer. Ich habe jetzt schon mal ein Schwer. Ich habe jetzt gleich mal mit dir reden. Dann sage ich mir hier, wo du es findest. Dann kommst du danach mit deinem Schild an. Ich kann es nicht auch mal ein Schwer. Das ist das nicht. 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 Das war mit dem Linken Stick. Das ist das nicht. Das nicht. Das ist das nicht. Das ist das nicht. Du bist ein Schwer. Das ist das nicht. Vielen Dank. 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 An den Teich. Nein, ja nicht. Hast du ihn gekriegt? Nee, es war die Demozeit. Ich hatte gerade den Kilder vorhin. Ja. Ich glaube, da kann man sogar ein bisschen mehr sehen. Weil immer, wenn du hier den Boss machst, wenn du hier den Boss machst, ist es automatisch immer. Ja, die Zeitrautung ist eigentlich für Dungeon und die ganze Zeitrautung. Nee, nee, nee. Sollst du noch was zu tun haben? Wenn du den Dungeon komplett ausfällig kennst, dann geht es schnell. Ja, das ist dann vielleicht vielleicht noch fünf Minuten durch, das ist dann vielleicht noch fünf Minuten für was anderes zu spielen. Ja, damals war ja ein Ding, war recht schnell durchzuspielen. Wenn du mal auf den Schlüssel zum Dungeon, weil zu schalten musst du später hier oben lesen. Ich habe es nicht, ich weiß, ich bin glaube ich beim vierten Dungeon oder sein geblieben, vor allem weil es auch teilweise so obscurere Sachen waren, die ich das Kind nicht verstanden habe. Und das heißt, du musst den jetzt verzaubern, den bekommst du in der Fülle und Zauberbein. Ich bin heute mal Kameramann. Ich bin ja sehr dankbar dafür. Gerne. Für eine Karriere reicht Ziffing-Tief nicht, aber... Das ist halt Intuition. Willst du spielen? Willst du spielen? Nein. Wenn nicht, spiele ich. Ja, die kannst du nur einmal verschieben. Darf ich schon einmal? Das ist mein Fall. Darf ich dir mal nehmen? Ja. Die Story ist die gleiche eigentlich. Ja. Ich werde es erklären. Musst du einmal rüben rausgehen. Ja. Wenn es ja kein Platz drin hat. Der Filz dann direkt hier links durch. Gut. Die Story ist die gleiche, aber es ist eine gute Idee. Genau. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Ja. Das sieht sich hier gar nicht wie. Genau. Es ist riesig. Ich bin. Das ist ja ganz schön. Das ist ja gar nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Jetzt hast du den Filz eingesammelt. Das ist ein bisschen doof, dass dann direkt Ende ist.